Hallo, guten Tag. Mein Name ist Nishan Singh Moultani. Ich bin Einhaber von Fuchsöle. Ich bin alles frisch, egal ob Fisch, Fleisch, vegetarisch, vegan. Wir kochen viel mit indischen Gewürzen, frische Ingwer, frische Knobloch, Chili, Kurkuma, Koriander. Wenn Sie bei uns vorbeikommen wollen, wir haben eine sehr schöne Hotelpension, also in Wertchenhaft. Gibt es bei uns auch Frühstück, normales Frühstück oder ein indisches Frühstück. Und heute werde ich mich mal vorbereiten, einmal diese leckere, vegetarische, nicht vegan, sondern eine Cheese Chili. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de